Nummer 4. Normale und klassische Senseo Kaffeepads mit intensivem, vollem Geschmack und einem neuen Design. Classic Senseo verführt mit seinem intensiven, vollen Geschmack und verspricht besten Kaffeegenuss für jede Gelegenheit. Nicht umsonst sind dies die beliebtesten Varianten der Senseo. Die Packungen enthalten 48 bis 60 Kapseln, wobei zwischen entkoffeiniert, klassisch und stark gewählt werden kann. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nummer 3. Im Gegensatz zu anderen Herstellern bietet Lolo Kaffee in seinen Kaufoptionen die berühmten, kompatiblen Pads, für einige Geräte mit spezifischen und nicht standardisierten Abmessungen an. Aber natürlich gibt es auch einen Bereich mit Universalpads, die in die Mischungen Nera, Oro Espresso, Rossa und Deck unterteilt sind. Sie bieten die traditionelle Mischung mit einem weichen und vollmundigen Geschmack, ideal für jeden Moment des Tages. Eine Pause mit gerösteten und abgerundeten Noten, die den Gaumen mit ihren cremigen, honigartigen und brünierten Tönen und mit dem ganzen Aroma von frisch geröstetem Kaffee aus dem eigenen Haus erfreut. Für eine wirklich entspannende Pause. Den Link zu diesem Artikel finden Sie in der Beschreibung. Nummer 2. Illy Hyper Espresso. Mit seiner charakteristischen dunklen Haselnussfarbe braucht er kaum vorgestellt zu werden. Die Kapseln dieser historischen Marke werden in Packungen mit 108 Einzelportionen verkauft. Wobei zwischen mittlerer, leichter und starker Röstung gewählt werden kann. Aromatische Noten. Der klassische Geschmack der Illy 100% Arabica Mischung zeichnet sich durch ein ausgezeichnetes Gleichgewicht zwischen Säure und Bitterkeit aus. Der klassische Geschmack zeichnet sich durch zarte Noten von Orangenblüten und Jasmin. Kombiniert mit einem Hauch von Karamell. Aus. Achtung! Prüfen Sie vor dem Kauf die Kompatibilität der Kapseln mit Ihrer Maschine. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken. Nummer 1. Kaffeekapseln Bourbon. Ein Name, der im Laufe der Jahre immer mehr an Ansehen gewonnen hat. Diese Kapseln sind in den Versionen Missaarossa und Missaoro sowie Nera erhältlich. Diese Produkte schaffen es, einen guten Kaffee in jeder kompostierbaren und biologisch abbaubaren Kapsel zu mischen. Der Geschmack hängt von der Art der verwendeten Mischung ab und reicht von der leichteren Intensität der Gold-Mischung, die zu 85% aus Arabica besteht, bis zur Black-Mischung, die zu 100% aus robustem Kaffee besteht und einen vollen Geschmack aufweist. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung.